Aufnahme F10 So, liebe Leute, dann probieren wir das Ganze nochmal. Gerade habe ich schon die Hälfte hinter mir gehabt und habe natürlich das Mikrofon nicht eingeschaltet gehabt, ich nepp. So, hier sind wir bei Gareth's Place. Der hat hier wirklich sich ein Areal aufgebaut, das ist der helle Wahnsinn. Und selbst ein Face Jump hat der hingebaut, der hat eine Treppe gebaut. Stairways to Heaven, würde ich sagen. Da oben ist er, der Gute. Und da werde ich jetzt gleich mal hochfahren und werde den Face Jump riskieren. Mal sehen, wie das ist. Okay, dafür werde ich aber erstmal ein Stück mit dem Nomad hochfahren, weil das wirklich ist, das ist wirklich ziemlich weit. Das ist unglaublich. So, fangen wir mal los. Dem Gareth entgegen. Das Problem war, dass ich nur die Hälfte der Rampe sehen konnte, doch wo hoch der Roma steht. Und habe dann selber den restlichen Weg einspurig weitergebaut. Und da ist auch der Gareth. Hallo Gareth. Da rennen wir jetzt mal hoch den Rest. Kommst du mit? Hey. Super. Also wenn ich im wahren Leben, in real life, so die Treppen hochrennen könnte, da wäre ich glücklich. Ich wäre jetzt schon tot und würde auf allen Vieren griechen. Entgegen, die Sterne entgegen. Gucken wir uns mal um. Was für eine Aussicht. Gareth läuft da. Ganz toll ist, wenn Wolken kommen, so wie jetzt. Ja. Musst du mal schauen, die hüllen die Rampe ein. Ja, der Gareth läuft ein bisschen in der Luft. Der ist quasi da, wo normalerweise seine Rampe ist. Jetzt läuft er. Auf deiner Seite. Jetzt läuft er nicht mehr in der Luft. Also das würde uns beide interessieren, wieso das so ist. Ich kann alles sehen von Gareth's Bauten, nur die Hälfte der Rampe nicht. So. Aber da musst du wahrscheinlich jedes Mal wieder bauen, wenn du rauf bist. Das kann doch auch sein. Bei einem neuen Besuch. Meine Güte. Kann man mir nicht vorstellen, dass sie bleibt von dir. Ne, das glaube ich auch nicht. Aber so schlimm war das ja jetzt nicht. Und dann ab in den Wolken. Oh, du verschwindest ab und zu. Okay. In die Wolken, oder? Ja, das könnten Wolken gewesen sein. Ja, okay, das an der Woche, ja. Das waren jetzt keine Bugs oder grafischen Probleme. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Boree jetzt von meinen Einstellungen, aber gut. Leute, also wie ihr seht, es geht weiter und weiter und hört überhaupt nicht mehr auf. Hätte besser auf den Gareth gehört, denn wir haben ihn mit dem Novart hochgefahren. Aber da ist ja immer so mein eigener Kopfhör, weil das ist ja schrecklich manchmal mit mir. Du kannst ja oben im Foto-Modus rundum schauen. Dann hast du ein Tankelicht. Stimmt, das werden wir auch gleich mal machen. Das ist eine gute Idee. Und das gehört und hört nicht auf. So, es geht weiter und weiter und ich glaube, jetzt ist die Rampe noch da. Uah, ja. Ich traue mich gar nicht, ich traue mich gar nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal in den Foto-Modus rein. Äh. Und dann... Das ist zu meinem Teil auch nicht wahrscheinlich, oder? Nein, du hängst in der Luft, genau. Okay, okay. Und das... Da ist dein Ende, oder? Ja. Aber jetzt sehe ich... Ich habe noch zwei. Ja, genau. Wollen wir mal? Ne, jetzt sehe ich die Rampe doppelt. Das ist ja interessant. Ne, das ist meine eigene. Stopp, stopp. Nein, nein, nein. Okay. Das ist meine eigene. Okay, Leute. So hoch ist man hier. Das ist der echte Wahnsinn. Mitten in den Wolken. Und da läuft der Garib. Steht in den Wolken. Man kann ihn kaum noch sehen. Wahnsinn. Da kommt er raus. Das Hotel. Jetzt dämmert es realer. Also ohne Foto-Modus. Ja, ja. Aber das ist ja Licht. Das sehe ich auch. So, wir machen mal ein paar Fotos. Bevor wir hier losbringen. Der Garib, der steht schon da. Als wenn er gleich springen würde. Ey, ich kann ja noch zwei weiter gehen. Ach so, okay. Stimmt. So weit habe ich nicht gebraucht. Jetzt stehe ich am Rand. Ja. Also ich bin jetzt im Foto-Modus. Da kannst du dich auch bewegt sehen. Und. Das ist echt schade. Meine Güte. Und das geht ja an von sich ziemlich schnell zu bauen. Im Kreativ-Modus. Ja. Das war ja jetzt kein großer Punkt. Also wenn man immer das gleiche Teil baut, ist kein Problem. Ja. Geländer, wo mehr Arbeit. Das glaube ich. Ja. Ja. Dann mache ich nochmal ein Foto von uns beiden. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ah ne, geh mal zurück. So direkt neben mich. Weil ich das sonst, äh, sieht das, äh, ein bisschen doof aus. So. Dann dreh dich nochmal. Alles klar. Okay. Steht da feuchter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut. Yes. Gut. Okay. So Leute. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Tada. Tada. Die Routerbewegung, in was die Figur macht. Hahaha. Super. Ja, ich muss ja irgendwie, damit ich mich hier nicht überschlage. Ist das toll. Und. 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 Tada. Super. Ähm. Echt doll. Okay. Okay. Super, das ist echt, das macht echt Spaß, da könntest du Geld für verlangen, Gerrit. Ja, wie du siehst eh, selber muss man sich eine Rampe bis zum Ende bauen. Ja genau, genau, ok. Dann winke ich den nochmal und dann stoppe ich die Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.